Es wird jetzt sehr matt, streng mich ein bisschen an, gell? Ja, ich benöme mich. Es ist auch gut, wenn wir so ein bisschen, keine Ahnung, Dialekte mit einfließen. Das ist so schwer beschwätzt, und ich versuche ein bisschen zu sagen. Das ist wirklich gut. Nee. Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Zimmernuell. Heute spielen wir Tabu in der FCH-Ethischen Mart und Fabi gegen Ivan und Dombo. Mart geht los, eine Minute Zeit. Los geht's. Auf der Gegengerade wurde ein Mann geehrt. Wie heißt der? Ja. Boah, keine Ahnung. Wo ist der nächste? Der Mann schlägt eigentlich drin, ja. Ich schätze auch nicht. Du holst dir ein Handy, mithilfe eines. Entweder Kauf oder... Gratenzahlung. Nee, wenn du... Finanzierung. Mit einem Paket. Vertrag. Ja. Leasing. Leasing. Deutscher Weltfußballer. Beckenbauer. Nein. Manuel Neuer. Weltmeister, 1990. Äh, Matthäus. Mit Vornamen bitte nicht. Lothar. Ja. Weltfußballer. Achtmal. Oder siebenmal. Messi, Ronaldo. Mit Vornamen wieder. Ähm... Boah. Der zieht so einen Namen, Alter. Wer war's? Manfred Lenz. Ja. Manfred Lenz gegen Gerhard. Das kannst du dir zeigen. Ich wollte noch zeigen. Du hast noch gezeigt. Scheid mal raus. Aber du hast gesagt, Manni, Manni, Manni ist der Spitzname. Ja, komm. Ja, das ist diese... Wer fängt an? Ja, ich hab gewusst, dass es er ist. Wegen der Gegengerade. Aber ich wusste den Namen auch nicht. Ja. Okay. Boah. Der Partner von Benni Schwarz. Schwarz. Johannes fährt den... Mannschaftsfuß. Vorm Spiel machen wir immer eine... Vorm Spiel machen wir... Kreis. Eine... Nein, zwei Tage vorm Spiel ungefähr machen wir eine. Videoanalyse. Ja. Ähm... Darmstadt spielt in der... In der Bundesliga. Ersten Bundesliga. Und da drunter? Was kommt da? Zweite Bundesliga. Sorry. Ja. Ähm... Verhält spielt in der... Dritten Liga. Sehr gut. Zum... Zum Unterschreiben bekommen. Äh... Wer sitzt neben mir? Ich? Nein. Neben mir. Wer sitzt neben mir? Matt Ristl. Okay. Hey. Der kriegt eine eigene Karte. Ja, man krank. Stopp. Waren wir lang? Das waren fünf richtig. Das ist aber viel länger als bei uns, oder? Ja, weil ihr habt mit eurem Vertrag da... Ich hab's doch besser gemacht. Nee. Ja gut, da kommt einmal erste Liga, zweite Liga. Ja, das ist echt... Boah, darfst du dich überhaupt voll auf dem Ding? Wer sitzt neben mir? Ich dachte mir, du darfst, und dann hab ich sofort gedacht, du wirst die Liga auch nicht mehr essen. So. Wie steht's? 5-3. Dann Ivan und Dombo. Dann haben wir tauschen. Warte mal. Ja, ich fang an, oder? Aber lass sie mir nicht noch mal, gell? Nee, nee. Lass sie da. Aber du hast ja hier mitgezählt. Du hast mitgezählt, ne? Wie läuft's hier? So, Mart. Boah. Schreng dich an. Der Stürmer steht oft im... Schlafraum. 16er. Nee, hinter der 4er-Kette. Abseits. Genau. Wo kann ich einen Schal vom FCH erwerben? Fanshop. Genau. Elversberg ist letztes Jahr. Aufgestiegen. Aufstieg. Genau. Der Steiger. Unser... Unser Platz ist grün, und wer macht den? Pedro. Platzwart. Anderes Wort auf Englisch. Greenkeeper. Jawohl. Stark. Was haben wir heute trainiert im... Taktik. Spielaufbau. Mit wie vielen Leuten hinten? 4. 4er-Kette. Nee. Die andere... Zeigerkette. Ähm, Finn ist... Physiotherapeut. Ähm, mein großer Bruder war mal... Schiedsrichter? Ja. Ähm... Stopp. Ja. Ja, wieder Waldscher, ne? Gut. 7, ey. Oder 1. Ist geil, dass du das wusstest, dass du wirklich... Was gut an uns sei. Mit dem Bruder? Schiedsrichter, ja. Ja, das hätte ich nicht gewusst. Bestechlich. Robert Holzer. Ja, das ist ein Bruder. Hahaha. Brudina. So. Jetzt tun wir an die Tassen an. Okay. Ähm... Messi zu... Ähm... Behrens zu Wolfsburg ist ein... Transfer. Ja. Ähm... Uefa? Gegenteil von Uefa? Ähm... Ei... Gegenteil? Nicht Gegenteil, sondern... Es gibt Uefa und... FIFA. Ähm... Kroatischer Fußballverband? Bei uns? Ja... Twitch? Stream... Ja? Streaming... Streaming... Wenn es gerade passiert... Livestream... Ähm... Hinrunde? Rückrunde. Ähm... Nein, ist... Werksmeister... Ähm... Mach ich mal Neues, Alter... Ähm... WM? Weltkampferschaft... Äh... Ja... Ich wollte jetzt Elfmeter schießen und das andere war Spielplan, das war auch schwer zu erklären. Ja, war echt schwer. Es steht eins zu eins. Was? Insgesamt? Ja... Das war die zweite Runde. Ja... Wir haben ja viel mehr Karten an hier. Was? Wir spielen noch ein Stechen. Ah... Okay... Also wir spielen Runde per Runde? Ja... Wir haben ja viel mehr Karten. Ich wusste nicht, wie ich Dinge erklären soll. Ich hab grad Stolzern noch. Ja... Ich hab grad Stolzern noch... Ja... 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 Das ist schwierig. Auf Livestream, Alter... 10 Sekunden, oder? Ja... Dann fang ich an... Aber guck mal... Ja... Bei Livestream, Alter... Ja, komm... Wie lange auch? Eine Minute, oder? Nee... Kürzer... 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 30 Sekunden jetzt? Das schafft man doch nur... Feuer... 5... Du musst erklären... Oder? Ich weiß nicht... Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt? Ja... Ja... Liesteam einmal... Ja... Du sag Schluss... Pickt euch Eise raus, ne? Ähm... Mein großer Bruder war mal... Schiedsrichter... Und wenn er an der Seite ist... Schiedsrichter Assistent... Linienrichter... Linienrichter... Ähm... Uli Färber ist mein... Berater... Vorher hast du gesagt mit 4 hinten... Dann hast du gesagt mit... 3er-Kette... Und was gibt's noch? 5er-Kette... Ähm... Premier League in England... Nur in einem anderen Land... Top 5... La Liga... Weiter... Ligue 1... Serie 1... Warum sagst du nicht AC Milan? Stimmt... Ah... Da zählen wir nicht... Da war ja nur Jure... Ja... Ich versuch schnell zu schalten... 3... 3 Sekunden ist gut... Waren es reicht? Ja... Sicher? Es reicht... Es reicht... Kann man schon schaffen... Den Bruch auch raus jetzt... So rein... Ist das? Ähm... Was steht auf unserem... Trikot? Dr. Tice... Ja... Weiter... Ähm... Heute Vormittag hatten wir... Training... Ähm... Wenn ich... Ähm... Wenn ich... Ähm... Gefault werde... Aber es ist kein... Foul... Ähm... Zweikampf... Ballverlust... Wenn ich gefault werde... Aber es ist kein Foul... Ähm... Dann mach ich eine... Schwalbe... Mach noch eins... Schnell... Nein... Zehn Sekunden... Ich lese die ganze Zeit... Mach ich noch mal... Laufsteht, Alter... Weil... Ey... Fängs an zu erklären... Wurde auf dem Bild... Ja... Alter... Schwere... Was sind das für... Das ist mein Zimmer... Von Dombo... Ja... Noch mal eine halbe Minute... Ja... Das ist ein Koffer... Hier... Den... Den... Was mach ich denn? Also... Ja... Was mach ich denn? Ja... Bist du wieder dran? Ja... Nein... Wie ihr wollt... Pauline... Nee... Du bist Chef nicht... Du bist Chef nicht... Pauline... Guck mal... Martha hat Angst... Weil er nicht erklären kann... Krass... Ich bin der Beste... Beim Erraten... Wir sind ein Team... Wir sind ein Team... Wir sind ein Team... Was? Na gut... Dann mach ich dich... Scheiße... Dass ich mir sowas erklären kann... Ich weiss... Gib dir Mühe... Paris... Mailand... Großstadt... 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 England... London... Uh... Stark... Ich bin ein... Deutscher... Mittelfeldspieler... Kapitän... Mittelfeldspieler... Sechser... Wir hatten in den letzten Wochen... Glück... Eine... Serie... Nein... Was hatten wir denn? Zwischen den... Sommerpause... Ich sag... Boah... Tja... Wir hatten eine... Ja... Mein Gott... Ich sag das reicht jetzt... Ich bin ein... Paris... Also... Wie viel war das für? Paris... Also Pauline... Let's go... Ähm... Geil... Oh mein Gott Digga... Ne... Mach ich auf gar keinen Fall... Ähm... Wo arbeitet Pauline? Ähm... Geschäftsstelle? Ja... Ähm... Die Hälfte vom Spiel... Halbzeit... Ähm... Es gibt Elfmeter für... Ach Scheiße... Da ist ja Elfmeter drauf... Ähm... 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 Lewandowski Bundesliga... Bayern... Torschützkönig... Ja... Ähm... Mart ist im... Stuck... Nein... Nein... Ich kann nicht mehr... Keine Zeit... Ich probiere mich so... Dicker... In 15 Minuten... Boah... Warum nicht ich? Ja du ja auch... Aber... Aber Mart ja auch... Mannschaftsfahrt... Ja... Ja... Unentschieden ist gut oder? Ja... Lieber ein Punkt... Anstatt null... Stark... Muss man sagen... Mart lieber... Gut erklärt... Ey... Ihr hattet Glück... Mit der Winterpause... Kurz zum Schluss... Jetzt sind die... Chaoten... Wir hatten gerade... Wir hatten das doch gerade... Schrätschein... Schrätschein von dir... Dass du einfach alle Dinger raus hast... Schau mal... Wo haben wir das gesehen? Schrätschein... Schrätschein...